Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 57.000 US-Dollar. Wir haben unseren weiteren Abverkauf bekommen, nachdem wir hier oben an dieser Marke von 63.000, 64.000 zurückgewiesen wurden. Das war ja auch so grob der Plan. Daraufhin haben wir sogar noch die Range nach unten hingebrochen und unsere Wigs mittlerweile auch gefüllt und sind in den Bereich der 57.000 US-Dollar hingekommen. Also das war so unser Worst-Case, zumindest vorerst Worst-Case-Szenario, wo wir die letzten Tage und Wochen immer wieder besprochen haben, ob wir jetzt möglicherweise schon eine Erholung reinkriegen oder doch nochmal einen gröberen Abverkauf sehen. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Außerdem, wo werde ich auf jeden Fall Spot nochmal ein bisschen nachlegen und auch natürlich die Stockmärkte und auch die Forex-Märkte. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr traden könnt, wo ihr Spot auch Coins kaufen könnt, die ihr dann auf einen Ledger etc. schieben könnt, weil Bitwavo und sowas gibt es ja jetzt momentan oder gibt es ja momentan wieder so ein bisschen, ja, ihr könnt die Dinger dann immer wegschicken und ihr könnt dann nicht mehr einkaufen und was weiß ich was, deswegen könnt ihr gerne ein paar Binkings kaufen, da könnt ihr es dann auch auf Ledger und andere Hardware-Wallets raufschicken. So, Link dazu unten in der Videobeschreibung und das war jetzt genug Werbung. So, jetzt gehen wir aber rein. Wie gesagt, Bitcoin ist momentan bei 57.400 US-Dollar. Wie gesagt, wir sind an der Marke hier oben von 64.000 US-Dollar zurückgewiesen worden. Daraufhin haben wir dann einerseits hier diese Ineffizienz gefüllt, also das ist schon mal ganz gut gewesen. Das, was mir im Nachhinein jetzt nicht mehr so gut gefällt, ist, dass wir halt jetzt eben die übergeordnete Range, das ist diese Range, diese gelbe Zone, die ich hier mal eingezeichnet habe, zwischen 60.000 und 72.000, die haben wir jetzt natürlich erst einmal nach unten hin verlassen und haben jetzt hier in diesem Bereich weiter unten, also hier in diesem Bereich, erst einmal jetzt ein bisschen Support gefunden. Meiner Meinung nach könnte es jetzt erst einmal so eine kleine Erholung geben. Wir hatten ja gestern noch einen Fett-Zinsentscheid, der absolut gleich geblieben ist. Man geht ja mittlerweile davon aus, dass dieses Jahr überhaupt keine Zinsen mehr erhöht werden beziehungsweise wenn überhaupt dann nur noch eine Zinssenkung kommen könnte und das kann ich mir ehrlich gesagt auch langsam immer mehr vorstellen, dass das erst nach den Wahlen sein wird. Also wirklich gegen Ende des Jahres, Wirtschaft läuft gut, in Anführungszeichen, wer weiß, wie gefälscht die ganzen Daten sind und sonst was und so lange läuft es halt einfach weiter. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Crypto gestern so einen Abverkauf gesehen hat, also überhaupt nicht auch die Altcoins etwas unter Druck geraten, aber immer noch meiner Meinung nach nicht wirklich mit Crashpotenzial. Wir werden uns gleich mal ein, zwei Dinge angucken, wo ich nochmal ein bisschen was dazu sagen werde, aber ansonsten ist es immer noch relativ ruhig dafür, dass wir mittlerweile, muss man jetzt auch dazu sagen, von unserem All-Time-High, wenn ich das jetzt mal ganz kurz einzeichne, von unserem All-Time-High haben wir jetzt eine Korrektur von knapp 24% mittlerweile gesehen. Ich gehe aber sogar noch davon aus, also eine kurze Erholung jetzt vielleicht noch im Laufe der Woche ist möglich, hierfür ziehen wir uns mal ganz kurz das Hip-Level von unserem letzten Hochpunkt, das heißt hier von unserem Wig bei ungefähr 64.700 US-Dollar bis zu unserem derzeitigen Tief, weil dieses Tief sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn wir uns das mal auf einen 1-Stunden-Time-Firm hier unten angucken, wir haben keine sonderlichen Wigs, wir haben einigermaßen Volumen hier unten drin, Möglichkeit für eine Erholung ist auf jeden Fall da, zumindest mal in diesem Bereich der 61.700 US-Dollar, wo das Golden Pocket ist, oder sogar in Richtung 63.000 US-Dollar, weil wir hier noch so eine kleine Ineffizienz haben. Sollten wir hier dann wirklich drüber kommen und Support reinkriegen, sieht das gar nicht so schlecht aus für eine mittelfristige Erholung, zumindest mal wieder in dem Bereich der 67.000 US-Dollar. Sollten wir jedoch jetzt wirklich auch diesen Support hier unten, also diese grüne Box, in der wir uns hier jetzt befinden, dann verlassen, nach unten hin und wirklich ein Close nochmal da drunter kriegen, sieht es wirklich übel aus, weil dann, oder was heißt übel, dann kommt unser, ich sage jetzt mal Worst-Case-Szenario, wo wir die letzten Wochen, oder wo ich immer wieder angesprochen habe, hier zwischen 48.000 bis 52.000 US-Dollar zustande. Wäre aber, und da bin ich immer noch der Meinung, das gesündeste, was dem Markt passieren kann, weil ihr seht hier, wir haben hier noch sehr, sehr viel Liquidität liegen, einen sehr, sehr steilen Anstieg damals, von knapp 51.000 bis hoch auf 64.000 innerhalb weniger Tage und da werden sehr, sehr wahrscheinlich noch sehr, sehr viele liquidiert werden. Also für mich persönlich wäre es besser, wenn wir nochmal runtergehen, meiner Einschätzung nach, einfach um hier einfach diese Support-Zone nochmal zu testen und auch, wenn wir uns das mal auf dem Daily-Timeframe mal ganz kurz angucken, wer sich noch daran erinnern kann, hatten wir hier ordentlich auch in der Vergangenheit einerseits natürlich das Golden Pocket, was es hier nochmal zu testen gilt, also das ehemalige alte Golden Pocket, wo wir nochmal als Support nutzen könnten und auch in der Vergangenheit hier immer so ein bisschen Struggle, also das heißt, es wäre eigentlich dieser perfekte Retest hier von dieser Zone und man kann nochmal billig BTC einkaufen. Da würde ich dann auch nochmal einsteigen, ihr könnt euch daran erinnern, das waren einerseits damals meine Verkaufszonen, werden aber auch wieder wahrscheinlich meine Einkaufszonen dann sein. Ich habe hier schon den ersten kleinen Teil wieder mal so ein bisschen 5% reingehauen, den größeren Batzen werde ich dann aber erst hier unten dann nochmal wieder in den Markt schmeißen und danach, wie gesagt, 43 und dann kommen wir schon wieder in den 38er-Bereich. Davon gehe ich jetzt momentan noch nicht aus, man weiß aber nie, momentan hält unser Support, ich gehe hier aber weder Long noch Short, ich würde mich dann eher orientieren und das sage ich euch jetzt auch schon mal, dass wir dann eher dann hier oben, sollte jetzt eine Erholung reinkommen, hier oben in diesem Bereich zwischen, ich sage jetzt mal 61.8 und knapp 64.000 US-Dollar, das sind meine nächsten Short-Orders, da würde ich es mir zumindest erst einmal überlegen, hier wieder in den Short-Bus reinzugehen. Long ist mir ehrlich gesagt zu riskant, klar, wir hatten schon fett Zinsentscheid, News-Technisch steht jetzt auch nicht wirklich viel an, aber das Risiko möchte ich derzeit auch nicht eingehen, hier irgendwie dann liquidiert zu werden. Deswegen, erst einmal ein bisschen Seitenlinie, ist gerade in der Phase nicht wirklich verkehrt. Ethereum haben wir auch vorgestern schon darüber gesprochen, nachdem wir hier abgelehnt wurden, ungefähr gleiches Szenario bei Bitcoin, haben wir auch hier einen Abverkauf gesehen, hier muss man aber auch fairerweise dazu sagen, so steil wie bei Bitcoin ist es hier nicht bergab gegangen, zumindest vom Chart-Technischen her. Wir haben aber hier auch noch Luft, und wer sich daran erinnern kann, das haben wir auch schon vor ein paar Wochen gesagt, für mich wird immer mehr wahrscheinlich einfach diese Marke hier unten von 2.560 US-Dollar, wir haben den Pivot hier unten, wir haben hier noch eine kleine Ineffizienz plus eine Demand-Zone, also es würde bedeuten, dass wir auch hier nochmal eine 14-prozentige Korrektur sehen, vergleichen wir das jetzt nochmal mit Bitcoin, vom jetzigen Stand aus, wenn wir hier nochmal runtergehen sollten in Richtung knapp, ich sage es mal zwischen 52, dann wären wir bei 9%, gehen wir sogar runter Richtung 49, dann wären wir auch bei 14%, also es würde sehr, sehr gut passen, und dann würde ich auch wahrscheinlich zum ersten Mal seit langem mal wieder Ethereum in mein Portfolio packen, weil momentan wisst ihr Bescheid, ich habe gesagt, ich besitze kein Ethereum, die würde ich mir dann erst hier unten holen, und dann wäre auch der nächste Punkt erst wieder bei 2.000 und 1.900 US-Dollar, also das sind so die nächsten Kaufzonen für Spot-Interessierte, Trade-technisch natürlich dann auch dieser Batzen hier unten, also dieser Brocken an Support, auch sehr, sehr interessant, würde auch ein sehr, sehr gutes Setup hier unten dargeben, mit knapp 3%, die wir unten dann nehmen könnten für einen Long-Trade, also auch hier warte ich erst einmal ab, gegebenenfalls könnten wir hier noch einen Short-Trade machen, aber auch da muss ich dann mir das nochmal überlegen, hier oben beim Pivot direkt bei 3.180 und 3.150 US-Dollar, das sind so die nächsten Level, sollten wir hier abgelehnt werden, ungefähr gleicher Fahrplan wie bei Bitcoin, dass wir dann auch hier den nächsten Abverkauf nach unten hin sehen. Gehen wir mal ganz kurz zu den Altcoins rüber, weil das ist ja auch das, was euch interessiert, beziehungsweise wo es die letzten Monate bei mir ehrlich gesagt sehr, sehr ruhig geworden ist, hat den Aspekt, ich wollte euch einerseits nicht in irgendwelche FOMO-Altcoins noch reindrücken, so wie es im Endeffekt fast auf ganz YouTube ist, weil das bringt am meisten Klicks, so ehrlich sind wir oder so ehrlich müssen wir sein, sobald man irgendwie sagt, ja diese Altcoin macht noch 4.000x von hier aus, ja dann klicken die Leute das halt an, im Bärmarkt hat es keinen interessiert und deswegen habe ich mich da erst einmal ferngehalten. Jetzt kommen langsam wieder Einkaufskurse, also langsam aber sicher und bei Polkadot muss ich aber ehrlicherweise sagen, wir hatten hier den Boden perfekt bei 4 Dollar, wir sind jetzt hier am Golden Pocket, das heißt hier wäre eine Möglichkeit, dass wir bei Polkadot oder die ersten 25%, hier würde ich schon mal zumindest reingehen, kann man zumindest schon mal den ersten Spotkauf hier tätigen, dann möglicherweise nochmal 25% beim 0786er, das heißt hier zwischen 5,10 Dollar und 5,50 Dollar, die nächsten 25% und die größte Position, sollten wir da wirklich nochmal hinkommen, würde ich dann hier unten in unserer grünen Box und dazu könnt ihr euch die anderen Altcoin-Update-Videos angeben, das waren so die alten, das sind so die Spotkaufzonen für alle Interessierten, das gleiche Spiel können wir jetzt auch nochmal bei Matic machen, da habe ich aber schon in der Telegram-Gruppe schon mal die letzten Tage so ein kleines Update gegeben, da kommen wir bleiben auf dem Daily-Timeframe, da hatten wir damals auch einen sehr, sehr guten Entry damals gehabt bei Matic und zwar einerseits hier die 50 US-Dollar Cent und wer damals hier rein ist, sogar bei 40 US-Dollar Cent, das ist auch momentan so ein bisschen, wo ich davon ausgehen könnte, sollten wir die 50.000 US-Dollar verlieren, dass wir zumindest nochmal die 50 US-Dollar Cent sehen und wie gesagt, sollten wir bei Bitcoin größeren Crash über den Sommer sehen, dass wir hier sogar nochmal zwischen 38 und 30 US-Dollar Cent gehen, also das wären perfekte Einstiegskurse und also nochmal auch um unser DCA ein bisschen zu verbessern, wie gesagt, wir sind damals hier bei 50, zwischen 52 und 50 US-Dollar Cent rein, wir haben hier unseren Einsatz schon längst raus, das heißt, wir sind locker easy, während YouTube hier oben dann hier eingekauft hat, für uns perfekt gewesen, aber gut, das wären so die nächsten Einstiegszonen, ich werde aber wie gesagt, noch ein komplettes Altcoin-Video dann für euch machen, wo wir nach und nach dann immer mal ein paar Altcoins durchgehen, mit Spot-Kaufzonen, aber momentan vieles ist noch nicht bereit, deswegen habe ich euch das Beispiel Polkadot gezeigt, wo man mal rein kann, Matic, wie gesagt, ist für mich jetzt dann erst einmal hier unten zwischen 55 und 50 US-Dollar Cent erst interessant, aber wie gesagt, den Rest besprechen wir dann im Altcoin-Update-Video. Gehen wir rüber zu Gold, wie sieht es da aus, nachdem die FED die Zinsen erst einmal so belassen hat, gab es einen kleinen Gold-Pump erst einmal, aber so nichts Halbes und nichts Ganzes, ich warte hier und da bleibe ich jetzt auch immer noch beim gleichen Stand, wie vor dem letzten Video, wir bleiben hier, dass wir zwischen 2360 und 2380 short gehen. Momentan interessiert mich hier nämlich sonst gar nichts, wir haben jetzt hier noch eine kleine Bullish Divergence, nachdem wir erst eine Divergenz hatten mit sinkendem Volumen, steigende Kurse, haben wir es jetzt genau umgekehrt, wir haben steigenden RSI, beziehungsweise sinkenden, tieferes Tief, höheres Tief im RSI, das heißt Bullish Divergence, die könnte uns jetzt zumindest mal hier in unseren Short-Bereich hochführen, heißt kurz und knapp, es hat sich nichts geändert. Gehen wir noch rüber zum Euro, gegenüber US-Dollar, wo haben wir den, wo haben wir den, so, hier, auch hier immer noch kein richtiger Abverkauf, desto trotz, nachdem die Zinsen weiter gleich geblieben sind, also auch hier warten wir weiterhin ab, wir sehen aber derzeit eher so eine leichte Seitwärtsphase, für mich aber weiterhin dieser Weg, der plausibelste erster Mal zumindest, wir haben nämlich auch hier wieder so ein bisschen tieferes Tief reinbekommen, also so richtig gefällt mir das nicht, ich bin immer noch dafür, dass wir hier nochmal eine Etage tiefer gehen. Jetzt zu den US-Börsen, auch hier hat sich nichts getan, wir machen jetzt hier mal die eine Linie weg, weil die verwirrt mich ein bisschen, wir sind nicht hoch ins Golden Pocket gekommen, wir haben nicht diesen Downtrend nach oben hingetestet, gestern gab es einen ordentlichen Move nach oben, um einiges zu liquidieren, hat natürlich wieder ein WIG dann hinterlassen, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, wir hatten hier die Ineffizienz, die hat der Markt gefüllt, daraufhin wieder instant Abverkauf gewesen, also für mich weiterhin die normale Richtung, wir gehen hier nochmal hoch ins Golden Pocket, das wäre das einfachste, Long würde ich hier auch nicht, Donnerstag ist jetzt langsam schon wieder ein bisschen zu spät, um hier jetzt nochmal irgendwie in eine Long-Position reinzugehen, ansonsten, ich halte mich derzeit einfach komplett erst nochmal raus, ich versuche irgendwie Altcoins nochmal irgendwie zu kriegen, ein bisschen günstiger, ansonsten ist die Woche für mich ehrlich gesagt charttechnisch schon ein bisschen gelaufen, außer es sollten jetzt noch irgendwelche signifikanten Moves in den nächsten Stunden oder dann im Laufe des Tages noch kommen. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann zum nächsten Update-Video morgen wieder, lasst gerne ein Like da, schreibt gerne mal unten rein, ob ihr momentan Altcoins kauft oder ob ihr sagt, ja ne, wir gehen noch tiefer oder wie sieht es bei Bitcoin aus, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren, ansonsten war es das von meiner Seite, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.